Das ist ein Schwierfing, das studiert. Und das hier ist ein Schüler. Der ist hier Sandi und Brotigalow. Und Sie werden es erkennen. Also hier ist jede Seite. Das ist nicht schön. Das hat Ihnen, es interessiert mir die Wand, wo wir aber nicht dazu. Das war eine Vorbereitung zum Diplomark. Das kann man auch so etwas sein, wie Sie das gesehen haben. Das ist eigentlich ein Schiss. Es war ein eigenes Erbau. Es war bestimmt für die riesen, seelosen, die Florianbäder amazontag. Das ist das amazontag. Das Thema bin ich froh, und die Situation im Karriere. Das war der Vorbereitung im Sinn von der Wirkung vorfam. Und jetzt habe ich dann die Kunstschrift so unverbreit, und dann habe ich mir gedacht, dass sehr viele Personen für eine heutige Veränderung waren mit der Ausstattung verlieben. Interessant, wenn man sagt, was es braucht, wenn man auch ohne Serum sind, und wir haben dann die Universität unseres Verhältnisses. Und mit dem, mit dem ich meine, dass ich vielleicht sehr interessant bin, wenn man dort einsteht, weiß man, was es kommt. Und ich würde mich gerne, also extra ein bisschen kurz mit in die Fassung, und ich würde mich vorgleichen, das ist es. Vorschlag, so wäre ich meinem Konzeptvorschlag solche Gemeinden. Das Hauptgewicht, ich suche als erstes nach einem allgemeinen Motiv, wie es für alle zukünftige Ausstellungen gemeinsam sein könnte. Wobei dieses Motiv allgemein, unter solchen Bedingungen, habe ich mich für die freundliche Abkürzung SFG, also Schule für Gestaltung, als allgemeines Motiv entschieden. Und dies in der hier präsentierten Formen. Dort habe ich noch eine Struktur ausgemacht. Hier im letzten Teil an der Gretel. Hier im letzten Teil an der Gretel. In dem letzten Teil an der Gretel, der in der Gretel, in der Pension ansteht, so dass ich es selbst machen, ich habe eine Art Gretel mitgegangen. Dann kann man sowieso machen. Ich muss nicht mehr aufwägen, wenn das zu tun, muss ich auch erst mal sein. Ich habe die jüngste Möglichkeit. Vielen Dank.